Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Fall von Ihr WOLF mit dabei 85 wieder und ein WUFF. Hallo Yoshi. Servus und es geht weiter. Ja wir haben Eisen. Das ist gut. Brauchen da wieder Kohle. Das mit Solarpanels. Das muss ich erstmal auf Eis legen. Wenn wir erstmal Diamanten brauchen für einen Steinbruch. Also für eine Query. Auf Englisch gesagt. Auf eine Query. Weil eine Query einfach besser ist. So. Normale Query oder? Ja die normale Query. Ja die normale Query. Und dann später und dann später wenn wir mal Gehtnück haben. Dann wird eine Ender Query gebaut. Und die Ender Query. Leute die wird geil. Weil die könnte ja unendlich groß machen. Und die Farbe. Und die Farbe. Wow guck mal was für ein Schwert ich hab. Du bist eine Federmaus. Wie ist das? Achso. Warte. Hey. Müsst nur das ja. Okay. Das ist angewaltig. Und die. Ahö. Erhöht Schädel. Und Ender-Pollen-Tropse. Das wollte ich jetzt machen. Das war die Frage. Der Ender! Kannst du schwer her? Woher? Aus dunklen Stahl gemacht. Ja. Wie hast du dunklen Stahl hergestellt? Wie bin ich hergestellt aus der Kiste genommen? Genau. Achso. Wie hast du dumm den Stall geklaut? Cool. Na komm, geh auf. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Feetüte, dann habe ich die Chance, dass du einen Kopf trug. Ja, könnte mal sein. Heißt auch theoretisch wie ein Gaul. Ähm, ja, es geht halt so ein bisschen so weit. Ich glaube auch. Warte mal kurz, ich guck mal. Esel. Es geht nicht mal um Spawn. Diesel. Wie heißt der Esel vom Wesel? Esel, Esel. Oh, super. Weißt du, was er die ganze Zeit zeigt? Biodiesel. 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 Du fährst auf Diesel? Biodiesel. Und des letzten vier Buchstaben sind halt Esel. Wie stelle ich denn einen Tag? Ach, das gibt es nicht. Eine Raffinerie. Raffinerie macht daraus Öl. Biodiesel-Generator. Also wenn wir Biodiesel machen könnten, das wäre auch schon mal mehr. Ja, Öl haben wir ja genug. Ja, und wenn, dann könnten wir die Samen, die ich nicht verwende, könnten wir in diese Biogasanlage. Das ist ja nur für die Biogasanlage. Ja. Die wäre relativ, naja. Äh, es wird dunkel. Ich bin im Haus. Gut, ich komm nach oben. Äh, wie kann man das nochmal als Favoriten machen? Was? Äh, dass das dann als Favoriten ausgewählt wird. Da wo du, äh, was du bist, dass das ja... So, drück Ö. Ah, Ö glaube ich, ja. Ja, im Moment. Ich bin gerade in der Luft. Da habe ich gar keine Favoriten drin. Okay, ich drücke Ö. Ja. Und wir träge jetzt die Fledermaus da rein. Was? Ja, vielleicht, vielleicht musst du das sein, was du dich da verwandeln willst. Was, wenn du, äh, weißt du, wenn du es auswählst normalerweise? Ja, da ist ein Stern dran. Ja, und wie meinst du auswählen? Ja, äh, Favoritenmodus, äh, gibt's ja dann extra doch, oder nicht? Irgendwie, ja, aber das weiß ich jetzt leider nicht. Bleib du schon im Bett? Ja. Versuch ich auch noch rechtzeitig zu bekommen. Hier liegt gar keiner im Bett. Ein schwarzes Schaf. highest So, fertig, jetzt, ich liege im Bett. Warrior Animal wurde lebendig begraben Aha Schon wieder Nicht jetzt Ist nicht Fine Also Na, letzte Aufnahme muss das ja gewesen sein Hab ich schon wieder nicht gelesen, ne? Von Glück Was? Ach, du kannst sogar Du kannst sogar mit Zombie In Klammern Das Schwert angucken Mit was er dich getötet hat Oder mit was du ihn erschossen hast Oder hast du mit dem Bow Snowbow Äh, Knochen Haltbarkeit Ja, das ist ein Stalker-Tool 1,7 Sekunden Pfeilgeschwindigkeit 3 Wo seid ihr? Kann ich euch da mit dem Bogen mal zeigen? Überleg mal, was wir mit Biodiesel Ähm, zum Beispiel die Burnside Ich steu mich schon wieder von Biodiesel Ja, guck mal Die Bremszeit sind 20.500 Ja, geil Und dann fährt mein Diesel schneller Und stinkt hinten ab Pommes Ja Hältst du, wie die Bude in der Pommes stinkt? Und dann gibt's noch kein Geruch, Minecraft Ja, zum Glück Das sind jetzt nicht öfters mal Stink Kriegst du ja zwei Dinger in die Nase? Zwei Dinger in die Nase? Moment, hast du mir jetzt ein Schwert gemacht? Nö, du hast doch jetzt ein Schwert Achso, ich wollte es dir ja nicht geben Mir? Ja, du bist ja auf Kopfjagd Na Word, kriegst du selber ein Schwert? Was wollte ich jetzt machen kann? Achso, ja Ich versuche das schon die ganze Zeit Ich habe ja jetzt eine Stahlschaufel Hast du das Schwert mal angeguckt? Ja? Sag mal, brauchen wir Slime-Bälle? Ja, klar Dann komm ich jetzt mit mir Hier sind drei Slimes Vier Tötet sie doch einfach Ich habe kein Schwert Oha Das sind Drohnen und nochmal ne Ne, noch ne Prinzessin ist nochmal rausgekommen Noch ne Prinzessin Wie, was von? Da ist nochmal ne Prinzessin rausgekommen Sie haben jetzt zwei Prinzessinnen oder wie? Ja, ich kann mich zum Slime verwandeln Nur Ha, 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 ha Schon wieder Oh Gott, das werden immer mein Walddigger Ja, du bist ja hier im Waldbereich Wiesliger oder Walddigger? Immer die Wiesliger So, das wollte ich jetzt Hoffentlich bleibt es ne Reinrassiger Ja, ist noch ne Reinrassiger Was steht denn das, Reinrassig? Äh, Makellos Abstammung Ich werde jetzt so ziemlich wie Reinrassig Aha Das Wauf auch reinrassig Nee Und Wolffybred Ach, da bist du Ai, wir sind Fortschritt Wir fahren hier mit Bio Diesel und Friedbriten, ey, das wird ja gern mal noch geiler hier Äh, das gibt's ja gar nicht Ja, das wird mir leider gedacht, echt Ich verstehe nicht warum ich Walddigger überhaupt überleben Hier ist ja gar kein Wald Ein Reichwerter Zinn-Keys, wie verarbeite ich den, oder Keys allgemein? Äh, was? Der steht doch dran. Schiff drücken. Nein, wie verarbeite ich den, war die Frage. Brennen. Man kann es nochmal zerkleinern, brennen. Äh, ja. Dürfte passieren. Schwer auf jeden Gehner, aber seit 4 Uhr wach, da darf man mal gehen. Hm, Kito. Ähm, oh, ich liebe diesen Generator jetzt schon. Mal sehen, ob der Rezeptor... Äh, nee, da müssen wir anders. Eisen. Wow, wir könnten eigentlich mal einen Verzauberungstisch machen. Ich bin gerade dabei gewesen, Bücher zu holen. Ähm, naja. Nee, ich brauche dafür die Pyromon-Mensch-Staub. Was ist denn Ding? Pff, gibt's auch noch eine andere Möglichkeit. Also, wenn du eine pyrische Königin hast, mit makelloser Abstammung. Verortet? Gibt es eine 9%ige Chance, dass Pyron-Staub entsteht. Wof, nicht verortet. Was ist für die Biene? Die sind auch verortet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hormonspiegel steigt. Nett. Ist klar, dass bei dir die Hormone sprießen. Joshi, trink mal wieder Wasser. Nein. Nicht? Schön wär's. Aber in der Aufnahme mach ich nicht das. Wasser trinken. Na ja. Okay Leute. Das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020